So geht es schon gut los. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu meinem ersten Unboxing von Razzia. So gar nicht das erste Unboxing. Ein Spiel von Sophia Wagner. Ich öffne die Schachtel. Da sind dann erstmal die Regeln drin. Auf Englisch, Spanisch und so weiter. Keine deutsche Anleitung. Okay. Brett zum Aufklappen. Schön. Jetzt mal beiseite. Dann hier eine kleine Tüte mit ein paar Markern, Nummern und die Würfel. Das ist unbequem. Hier die Würfel. Das sind das Krabben. Würste. Also zwei spezielle Würfel mit verschiedenen Motiven und ein ganzer Sack weiterer Würfel. und verschiedene Säckchen. Das sind dann vermutlich auch, ja, fünf Säckchen für fünf Spiele. Und das sieht doch nach Käse aus. Und das sieht doch nach Käse aus. Und dann bleibt noch, was ist das? Das könnte ein Teller sein. Das sind das Teller. Das könnte man nachschauen. Die englische Anleitung nach. Die englische Anleitung. Die englische Anleitung. Die englische Anleitung. Die englische Anleitung. Die englisch. Italienisch. Und das war es. Und hier ist noch ganz schön gemacht die Innenseite der Box. Spiegeln müssen. Ja. Das war es auch schon. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Oder auch gerne ein Like. Und viel Spaß beim Spielen. Tschüss. Tschüss.